sagt es hat euch gesagt da ist die dicke goldene Ball Settel Spielerset ist das nicht 24 50 Kasse die gut so Männer jetzt geht's ab ich habe Aufnahme das Lied fuck ich mittlerweile auch ab 50 Kasse Alta puste ich Gold Sett Guilla Boogie ist nicht schlecht ne ich muss auf den Drop warten wenn das zu Peck kommt das 50 Kasse dann geht's richtig ab Alter guck mal Alter drei Franzosen krass warten wir einfach mal alles im Verein hier brauchen wir alles Premium Gold Set ja sind auf jeden Fall wieder gute Packs Alter was haben wir alle mit diesen die sehen aus wie hier Vicky die 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 Nein, no, Müller, scheiße, Digger, ich, oh mein Gott, ich dachte, ich dachte echt, oh mein Gott, Oblak und Kanté, ja, man, ja, man, alter, Oblak und Kanté, Krass, Digger, 16K, Digger, der ist was wert, Kanté ist was wert, 20K, und Nummer 10K, mega nice, Digger, ich bin richtig krass, und Nigerianer, Mann, was will man mehr, Digger, nur der HSV, Nikolai, nur der HSV, Digger, was, kein Pack oder so, Alter, ich hab in dem Moment, wo ich das Pack geöffnet hab, hab ich nur auf mein Bildschirm geguckt, damit ich sehe, was für Musik läuft, weißt du, Digger, Digger, Ich hab zuerst so diese riesen Sternstuppe gesehen von, äh, von, äh, Müller, und dann war da auch noch diese riesen Goldsternstuppe, die 87er oder sowas sagt, weißt du? Ja, davon kannst du erstmal vier Runden Food Draft zocken, Digger, nice, ey, richtig gut, Junge, Nikolai Müller, in Form, kannst du mir den nicht schenken, Digger, der ist Erstbesitzer, den muss ich dir schenken, ist halt so, votiert, das ist沒事, du? aaah, Bis zum nächsten Mal.